Ich mach gegen den Enchi. Okay. Ja, ich hab' ihn, ich hab' ihn, um Gottes Willen. Wenn er mich nicht unterbrochen hätte, der Ingenieur, dann hätte ich mich heilen können, aber egal. Gottes Willen. Lass es Glück gewesen sein, es ist mir egal, ich hab' ihn besiegt. GG. Es ist zu lange her, lass mich eingreifen. Da kommt der Wächter. Kommt hier. Ich verloh' ihn. Ich verloh' ihn. Ich verloh' ihn. Ich verloh' ihn. Ich verlange frei gelassen zu hier. Wir müssen aufstehen und weiter kämpfen. Ich verloh' ihn. Ich verloh' ihn. Ich verloh' ihn. Ich verloh' ihn. Wir müssen aufstehen und weiter kämpfen. Oh, ich hab ihn wieder erwischt. Oh, war eng, ey. War richtig eng. Nice. Nice, Hörer. Nice, Hörer. Nice, Hörer. High-five, Hörer. Ich hab mal einen Kampf gewonnen, meine Damen und Herren. Ich glaub es nicht, Hörer. Ich glaub es nicht. ESL, wo bist du? Jetzt wird hier dich grüßen, Wahnsinnig. Wo ist die ESL? Ich will gegen den Schrotter. Spiel gegen den Schrotter? Ich hab mal ganz schäufig drauf gezeigt. Geh mal ein bisschen außer sich weiter. Jetzt wird's interessant. Oh, warte mal. Ich brauch mal hier... Barfood. Ah ne, halt. Das war das scheiß Barfood. Präzision. Ich brauch keine Präzision. Ich brauch Kraft. Ich brauch keine Präzision. Ich glaub in dich. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Nice. Erwischt. Erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Good game. Good game, Schrotter. Nice, nice, nice. Endlich ist unser Moment gekommen. Er will nochmal. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sieht. Sieht. Rache und hält gemeinsam. Und zusammen sind wir ungesiegbar. Und noch höchst. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Oh, oh. Ich hab's erwischt. Um mal darum zu etwas verdrehen. Und noch eins. Noch eins hinterher. Verbeugere. Wir müssen aufstehen und weiter kämpfen. Endlich ist unser Moment gekommen. Oh, jetzt hat er gut gemacht. Das habe ich im Kopf schon gewonnen gehabt. Schöner Kampf. Ich dachte, ich habe ihn. Ich dachte, ich habe ihn. Hatte schon abgeschlossen. Und dann kam er aus dem Licht. Und hat zuschlagen. Mein bisschen Gyroskop war auch gerade nice. Ich habe es zwar revealed. Seine Unsichtbarkeit. Aufgedeckt. Aber. Abo. Hat nichts Spiel gebracht. Ja, solche Dinge passieren. Schüttelbiss. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du. Du, du. Du, du. Du, du. Oh, shit. Der Kampf geht länger. Boah, hat er schön gemacht. Jetzt hat er mich, glaube ich. Ah ja, nice. Good job, good job. Good job! Willst du mal gegen den? Mach mal. Ja, ich möchte mal. Dann mach ich nochmal gegen den Messmer. Der ist übel drauf auch. Aber er will nicht. Ich will nochmal gegen Flo kämpfen. Komm mal her! Au! Ich glaube, der hat umgeskillt oder so. Der kämpft ganz anders als am Anfang. Am Anfang konnte ich ihn ein paar Mal besiegen, aber jetzt für die letzten paar Male war er echt schwerer. Keine Ahnung. Oder spielt es mir noch ein? Also, ich denke, wer ist ein paar Mal. Was ist das? war Der ist übel. Was macht man gegen den Shattered-Dinger? Ich habe keine Ahnung. Das ist so übel. Jetzt habe ich mal Heal nicht rausgehauen. Hätte ich noch Healen können. Kranker Scheiß. Was macht man gegen so Shattered-Typen? Das ist ziemlich hart. Also kann sein, dass man da gut dagegen kämpfen kann. Aber ich nicht. Ich nicht. Ui, ui, ui. Gegen den Mesmer weiß ich nicht. Da muss ich mir erstmal noch ein bisschen Skill aneignen. Vielleicht auch ein bisschen Spielverständnis von Mesmer. Ich habe Mesmer nie gespielt. Das macht halt auch viel aus. Ich brauche Hilfe. Habe ich ihn jetzt getötet? Weiß ich nicht. Mal nachgucken. Oh, das hat wehgetan. Okay. Okay, gut. Hör was? Ah ja, okay. Alles gut. Lol. Da liegt er. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil der so lange unsichtbar war. Ja. Komm ich mal auch nochmal gegen den. Ich glaube, der will nochmal gegen mich. Okay. Das gönne ich ihm. Ja, ja. Mach, mach, mach. Und in der roten Ecke Gandara Goldinfatterist. Und in der blauen Ecke Arthur Sturmschild. Und da kommt der Stun. Aber Robert Deutsch draus. Es ist kein Problem für ihn. Und die für ihm, äh geil, Schwert-3-Kombo von Robert schön gemacht. Da haut der Schrotter sein komisches Schild raus, von dem ich nicht genau weiß, was es tut. Aber auch das beeindruckt Robert relativ wenig. Eine Gandara-Bestie absorbiert etwas von dem Schaden durch Angriffe, die gegen Verbündete in der Nähe gerichtet sind. LOL. Okay, auch nicht schlecht, wenn man sich die Dinger mal durchliest. Unterliegt eine Tretmine, Robert läuft rein. Aber er trifft den Jadewind und macht ihm Druck, macht ihm Druck. Er ist klein, aber er wird gleich wieder groß in 2, 1. Da ist er wieder groß und jetzt geht Robert ran. Er will ihm den Rest geben. Er hält den Druck aufrecht, muss kurz aus dem Static raus dodgen. Doch, er lässt sich davon nicht beeindrucken. Und drückt weiter nach vorne. Da geht er in den Downstep. Tschi-tsi, Robert. Tschi-tsi. 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 Was mache ich nochmal gegen den? Hebe mir nochmal jemand auf. Wo ist sein Kumpel? Guck mal, der steht da hinten rum. Macht nix. Die Konzentration ist ein bisschen schwer, wenn du das kommentierst. Vor allem lässt sich nicht gleich davon beeindrucken. Natürlich lasse ich mich davon beeindrucken. Oh. 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 Ha. Der blockt die Glintheals gut. Ich hau die zu achtlos raus, die Glintheals. Und gleich nochmal. Achso. Ihr macht. Okidoki. Jetzt. Jetzt. Ja, das hat er schön gedodged. Mal ein bisschen angucken, wie der spielt. Er wartet halt auch relativ viel ab. Nehmt das. Ich fühle mich starr. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, ne? Der wartet das Glintheal gut ab. Hat er sich jetzt glaube ich angewöhnt. Habe ich auch gerade einmal ins Leere gehealt. Ah. Jetzt hat er dich. jetzt ich wieder habe ich ein zweimal ganz gut gerettet aber das hat nicht sehr viel gebracht ja wenn du dann einmal eine defensive bis gegen so ein schrotter hast es schwer ja was war denn das für ein pull die schmerzen dieser welt gehen vorüber ein bisschen autotag spamming ok 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 oh nein oh ja jetzt habe ich erst habe ich kurz gedacht ich habe verkackt er ist schon gut der typ ist gut da kann man nur besser werden geben gegen solche leute kämpft dann kriegt man auch so das gefühl für die eigene klasse ja voll für die eigenen vor allem für die also das gefühl für die eigene klasse das geht noch was mir wo ich am meisten problem habe ist halt gegen klassen die ich selber nicht gespielt habe zb mess mal ich habe keine ahnung was er da macht da kommen 1000 ilus auf mich drauf ich weiß der kann die der kann die schättern ja also dann tut es halt weh aber keine ahnung was man am besten dagegen macht da muss ich mal vielleicht einfach selber mess mal spielen jetzt habe ich kurzzeitig die orientierung verloren das war blöd okay ich Willst du noch mal? Achso, ja, können wir machen. Oh, oh, das tut weh. Oh shit, ah, falscher Skill. Jetzt habe ich die 4 gedrückt statt der 5. Das merkt man halt sofort. Das merkt man sofort. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Jo. Ja, Marmelade, willst du nicht auch mal fighten? Du stehst die ganze Zeit da nur rum. Sag doch was. Nein, danke, okay. 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 Das merkt man. Okay. 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 Das war's. Der Skill, wenn er dieses Blitzwirbel-Ding um sich rum hat, ist richtig übel, er tut richtig weh. Ich will nicht sagen. Ausdeutschen, oh ja, nice. Oh, jetzt hat er mich. Nice. Das war gut. Ja. Können wir noch ein bisschen PvP machen oder willst du hier noch weiter battlen? Meinetwegen können wir PvP machen. Okay, warte mal, ich blockier den mal kurz. So, gut. Wunderschön. Dann gehen wir ins PvP-Gebiet. Also herzlich bedankt, hat gesagt, hat Spaß gemacht, war ein cooler Duell und so. Ja, doch. Es war wirklich gut. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja. Finde ich auch gut. Da kann man nur lernen. Da kann man nur lernen. Ich finde das dann immer witzig, wenn manche sagen, ja, ich habe ja hier kein richtigen Bild und so. Da denke ich mir, mein Gott, jump into the frame. Einfach mal rein und gib ihm.